Hallihallo meine lieben Bitzhocker und Bitzhockerinnen, hier ist wieder eine Druck aufs Brot und der gute Kinzippel ist auch wieder im Gepäck. Wie immer hier bei Minecraft Skysolated, Aquarium Skys, whatever. Und ich muss hier wieder den Schleimbaum abbauen. Ich höre einen Slime-Mob. Sicher? Ja, ich höre einen Slime-Mob. Ach, hier ist ja jetzt auch dunkel hier drin. Da kann ja jetzt ja auch was spawnen. Wo ist es dunkel? Ach nee, Quatsch, wir haben mal Lampen aufgestellt. Warum gehe ich da hoch, wenn ich gar keine Treppen habe? Ich weiß nicht. Ich habe zwei. Ich habe Schleim gegessen. Du bist ein Schleimfresser. Ich nenne dich jetzt Gary. Äh, nein. Gary ist ein Schleimfresser. Was gucke ich denn in den Kisten nach Clay oder nach Clay Bricks? 19 Uhr. Ich habe nicht genügend Clay. Ich muss nur in die Slutschkiste. Hey, hey, hey. Das gibt's Clay. Auf die Fresse, Alter. Oh, ich muss noch mal irgendwas unternehmen. Okay. Waypoints. Late is dead. Delete. Ops. Delete. Deal working. Wo ist denn das? 28 Uhr. Oh Mann, zu wenig Clay. Das finde ich gay. Acht Millibuckets. Okay. Was sind acht? Was für acht Millibuckets? Wo? Auch acht Millibuckets Seared Stone, um ein neues Buch herzustellen. Buch? Ach so. Ja, stimmt. Ah, still working on you. Stimmt, ja. Ja, ich mach das mal kurz. Das geht ja fix. 36 Bricks. Da komm ich doch nicht mehr zurecht. Kann ich mal ein paar Treppen davon machen. Wenn überhaupt. Joink. Da liegt das gute Stück. Oh, es ist hier. Bricks brauchen aber ganz schön lange zum Einschmelzen. Hä? Leck die Katz am Arsch. Also, nur umgangssprachlich. Oh. Oh, wir haben neue Fische bekommen. Sehr schön. Ich guck noch mal nach den Ender-Lily-Divis. 71. Das gibt's nicht. Ja, das ist wohl irgendwie ziemlich kompliziert, wie die wachsen. Ich hab jetzt gerade in der Zwischenzeit mal ein bisschen nachgeforscht. Ja. Und zwar, die haben halt quasi täglich eine Chance, um das nächste Start, die nächste Station, die nächste Phase zu erreichen. Aber, äh, die Chance, dass die halt wirklich die nächste, äh, das nächste Stadion erreichen, äh, verringert sich halt mit jedem State. Also, wird die Chance immer unwahrscheinlich höher, dass die größer werden. Deswegen dauert das so ultra lange. Ach so. Ja. Ja. Das ist ja älzend. Ja. Muss man halt durch. Oh, ich brauch nur noch vier... Warum sind hier keine Karotten mehr? Hast du die Karotten hinten im Geräte Schuppen weggeholt? Nein, ich glaube nicht. Ach, nee. Okay. Na, warum die jetzt auf einmal da drin sind? Hä? Los, poppt euch! Ach, da ist der Saft. Da ist der Saft. Hm. Weiß ich, ich hab jetzt immer noch nicht geguckt, womit mal ein, äh, Esel züchten kann. Na ja. Ich glaub Pumpkins. Oh, Slime. Dann sollten wir mal Pumpbekins anbauen. Ach, die droppen von den, äh, Slimebäumen, die, äh, Slimebäumen. Wolves. Ja, 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 ja. Exaktamundo. Gelatine Slime. Können wir noch die Erze hier reinschmeißen? Bewerf dich mit Schleim. Oh, ich geh in die Hose. Sonst bewerf ich dich mit Wolle. Oh, Wolle? Wolle Petri? Was ist denn das für schon wieder? Was ist denn der Harvester? Was ist denn was? Der Harvester. Ist der aus? Der Harvester, der Harvester, der Harvest, was er machen tat. Oder so. Hm. Der arbeitet doch. Aber warum arbeitet er nicht? Aluminium? Dude. Da dauert's einfach mal wieder so lange. Ist voll der Baumpulk hier. Und da tut sich nix. Dude. Quest abgeben, Quest abgeben. Jep. Wett gemacht. Ah, da muss man sich wieder was aussuchen. Graveyard Zoll. Oder was holst du? Ja, dann nehm ich den Gel... Ne, ich nehm auch Graveyard Zoll. Weil Gelorium Dust kann man anders bekommen. Ja, Graveyard Zoll bestimmt auch. Also einer holt eins und der andere holt das andere. Das ist vollfakt. Gelorium Dust ist, glaub ich, ziemlich einfach. Und da haben wir sehr viel von. Quatsch. Haben wir gar nix davon. Was gibt's denn du da? Haben wir... Ne, drei Stück haben wir davon. 17 Stück haben wir davon. Von Gelorium Dust. Ne, Glowstone Dust und drei von Gelorium Dust. Big Reactors. Das ist nämlich ein Erz. Achso, das... Ähm, dann hätte ich eher drücken müssen. Ähm, Gelorid Ohr. Aber wo haben wir das denn sonst? Gelorium Dust kommt aus Sand, wenn man das sieht. Induction, Smelter, Pulverized, Tin und Sulfur. Und, ähm... Aus Sand. Ja, aus Sand auch. Also brauchen wir... Aber Graveyard Zoll ist auch total einfach herzustellen. Da brauchen wir nur verrottetes Fleisch, Bonemeal und... Ja gut, dann nehm ich Gelorium Dust. Guck mal, was man damit machen kann. Guck mal hier rein. Okay, damit kommen wir eigentlich nur. Ähm... Hm. Scorched Bricks hab ich auch. Also was hast du jetzt geholt? Gelorium Dust, ne? Äh, ja. Okay. So, jetzt sei bitte fertig. Ich möchte endlich das Dach fertig haben. Ah, ich brauch ja oben auch noch welche. Oh Gott. Wieder meine Mistkiste voll machen. Echt? So viele Folgen am Dach hängen. Das gibt's doch gar nicht. Ist immer noch da dran. Ja man, weil ich zu wenig Clay hab. Ja, aber dann lass doch einfach mal ein paar Folgen Clay einschmelzen und dann machst du ja noch weiter. Ja, ich mach das immer zwischendurch so ein bisschen. Hm? Aber irgendwie komm ich sonst auch zunächst. Warte mal, ich wollte auch noch, ähm... Hab ich schon das Holz geholt? Nee. Ein Bücherregal machen. Na dann mach. Dann mach du. Irgendwas stimmt schon wieder mit dem Harvester nicht. Das ist doch zum Mäusemelken. Toll, ein verzaubertes Buch bekommen. Repair 1. Oh mein Gott. Krats. Bappe, kack. Bücher, Bücher? Nee, das ist auch so Magie. Wo ist denn mein Sledgehammer? Sag nicht, der steht verkehrt rum. Das kann ja sein. Ein Sledgehammer? Das ist wahrscheinlich auch so. Ein Sledgehammer steht verkehrt rum? Nee. Ich kann dir nicht folgen. Nein, der... Der Harvester... Ja, der guckt in die falsche Richtung. Kann man denn hiermit so machen? Hä? Die heilige Kunst der Stahl, äh, Schmelze. Okay. Warte mal. Wie macht er das? Ach so. Äh... So ist auch falsch. So ist richtig... Nein, so ist falsch. Ach. Äh, ich bin verwirrt. Okay. So ist richtig. Ja, alles klar. Gut. Gut, gut, lieber Harvester. Dir sei verziehen. Ah, Holz. Brauchen wir. Holz. Interessant. Interessant. Der Steam-Dynamo läuft leer an Strom. Verstehe ich gar nicht warum. Alter. Krass. Was? Mit diesem Buch hier kann man ziemlich viel witzige Sachen machen. Ja? Ja, schon. Mach's mal. Ne, wir haben hier einen Bookbinder. Mach's da rein. Krass, scheiße. Da. So. Na, machen wir noch ein paar Herzen. Willst du gleich in Richtung Lager gehen? Ich hab ja noch 17 Bonemeal. Die kannst du mal eben mitnehmen. Nö, will ich nicht. Jetzt hast du trotzdem. Hm. Weißt du, was man dagegen machen kann? Ach, das ist ja auch zum Essen. Oh, genau. Kannst du essen. Ich hab ein Wrap. Du hast genug zu essen. Deswegen wundert mich ja, warum du immer stirbst. Frau Hunger. Ähm. Ähm. Ach, ich hab übrigens noch einen anderen Namen für unser Restaurant hier. Okay. Restaurant zum goldenen P. Nis? Ja. Ah, okay. Und als Spezialgericht gibt's dann Pilzsuppe. Sag mal, du hast doch auch Scorched Bricks bekommen, oder? Ja. Willst du sie haben? Ja. Braucht die zum Questen. Wo hast du die denn? Hingeschmissen. Neben meinem Bett. Okay, sowas brauche ich. Ich muss... High-Over-Controller. Scorched Train. Ähm. Ja. Bones. Pfeile weg. Rotten Flash weg. Okay. Sapling. Gut. Da kommt noch mal wieder das Knie rein. Guck ich mir die mal an. So, ein Reward-Bag. Und da ist ein Elevator drin. Ich hab ein Elevator bekommen. Ja, saugut. Echt saugut. Ja? Ja, klar. Und das Hill-Cherry-Sabling. Dann können wir endlich ne... 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 plattform, ne Höhle bauen, oder sowas. Ich hab mir hierhin da. Du... platzierst die genau übereinander. Ja. Also du hast ja zwei bekommen, ne? Ja. Ja. Und wenn du dann da draufstehst und springst, wirst du vom Unteren zum Oberen teleportiert. Und wenn du dich duckst und dann springst, wirst du zum Unteren teleportiert, oder so. Irgendwie sowas. Ja. Ist ja witzig. Ja, ist ziemlich cool. Das probier ich gleich mal aus. God rick... rick... Ein alleine funktioniert natürlich nicht. Hm... Zip. Ne, einer allein kann nicht funktionieren. Und die müssen wirklich genau übereinander sein. Ja. Sonst geht's nicht. Mach dir mal Spaghetti in deine Kiste. Ne, ähm... Mit du nicht verhungerst. Also mit springen geht's nicht. Die müssen genau übereinander sein. Sind sie ja. Aber da sind... Vielleicht funktioniert es nicht, weil da die Ahnen zwischen sind. Ne, ich glaub, das funktioniert eher nicht, weil der Baum hier dazwischen ist. Wieso dazwischen? Ja, da darf nicht direkt ein Baum dran sein. Achso. Na ja, wohl. Musst du den ein bisschen weiter rüber platzieren. Warte, ich geh mal grad hier hoch. Mach du den oben, ich mach den unten wieder weg. Ähm, womit baue ich die denn ab? Das steht ja gar nicht dabei. Also ich hab meinen jetzt mit der Spitzhacke abgebaut. Ist auch gerade untergefallen. Kannst du ja holen. Äh, so. Okay, weiter geht's. Da kann ich dann einen hinpacken. Und dann kann ich da am... An den Blättern einen hinpacken. Das versuch ich grad mal. Deep Tank Controller. Das müsste da sein. Alter, ich brauch dieses Buch nochmal. Dann die Blätter weg. Hier find ich ziemlich cool, das Quest. Das gefällt mir jetzt schon. Wow. Das ist ja geil. Okay, das hat anscheinend geklappt. Ja, geil. Wie cool ist das denn? Ne, brauchst du nur nach unten. Du brauchst dich nur doken, um nach unten zu kommen. Ja, geil. Fett. So, wo mach ich denn den Hochofen hin? Also hat man direkt einen schönen Ausblick. Wunderschön. Oh, das ist auch richtig geil. Aber brauch ich nicht. Wir haben einen Baumfarmen. Das wäre richtig geil gewesen, wo wir noch manuell Bäume gefarmt haben. Hätte ich direkt nach oben können, auf dem Dschungelbaum. Naja. Ja, gut, ich wollte immer noch Bücher basteln. Haben wir denn genügend Strings? Wir haben Strings, ja. Ne, haben wir nicht. Warum ist denn unser Stringbaum schon wieder weg? Das ist Stringbaum? Das ist Stringbaum, ja. Das glaube ich jetzt ja nicht. Oh ne, war das wieder der Harvester oder was? Oh Mann. Haben wir denn noch Raupen? Ich will hoffen, wir haben noch Raupen. God damn. Ja, sonst kannst du ja welche machen, ist ja auch kein Problem. Da sind noch drei Strings drin. Da sind gar keine Strings drin. Da nicht, da nicht. Vielleicht sind bei Mob Drops welche drin. Vielleicht brauche ich mir gar keine Strings kaufen. Fünf. Wow, ich bin begeistert. Das lohnt sich ja gar nicht. Ah, na gut, 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 na gut. Äh, weg da. Raupen habe ich nicht. Soweit ich weiß, habe ich in meinem Golden Bag of Holding noch jede Menge Crooks. Und dann wird mal der fette Baum da weggenommen. Oh, fette Baum, hat fette Baum gesagt. Ja. So viel Blätter hat er jetzt nicht mehr. Wow. Funktioniert dieser Ofen jetzt schon? Keine Ahnung. Da ist der Raupe runtergefallen. Na ja, klar, die führt ja auch da raus, wenn ihr die abkommt. Hm, hm. Weiß ich aber nicht, ob ich das Bücher... Doch, ich habe doch drei Bücher. Ein Bücherregal kann ich da ja draus machen. Ah, ein Active Redstone Signal, okay, das kriegen wir doch noch hin. Äh, Redstone... Da auch ein Schalt... Da auch ein Schalt... Da da... Da da... Meine Axt ist dabei? Ja, sehr gut. Oh, der Baum ist schon wieder bewachsen. Der Schleimbaum ist voll groß, der wird irgendwie jetzt mal größer. Oh. Sexy. Oder? Das liegt da dran, dass die Blätter eben abgebaut wurden. Hm. Auch sexy? Ja. Okay. Ich habe mir jetzt schon fast gedacht. Also ich bin wirklich überwachsen zum goldenen Penis. Ja, dann mach halt. Aber da musst du auch ein schönes Symbol da drauf machen. Ja, klar, natürlich. Äh, da brauche ich mal eine Micro-Block-Säge. Okay. Hast du nicht sogar irgendwo eine? Nee, du hattest nur eine. Du hattest nur irgendwann eine. Du hattest nur irgendwann eine. Hm? Ist noch... Oh, wo ist'n die? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich verbraucht. Ah, nee. Ist noch bei mir in der... In der Kiste. Ah. Oh, die verbraucht sich nicht so schnell. Okay. Auch... Auch einen, 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 einen. Ein Kabelstall. Vielen Dank. Bitteschön. Dann nicht du noch draufkopf. Ah. Oh, nein. Oh, nein. Woanders rum. Ein Lever. Mr. Lever, Lever, aber Lever. Ah, nicht gehen. Ich werde mich zu übermastig. Tüttet aus Plastik. Da hin? Geht nicht. Toll. Ich farme Bäume den ganzen Tag. Wenn ich Bäume nicht so gerne mag. Muss da auch Lava rein? Ich hoffe, die Schnecke ist un... Hab ich jetzt vielleicht schon? Ja, eins. Oh. Oh. Was ist denn dein Problem? Oh, ich bin fast aufgrund von Dummheit draufgegangen. Oh. Kannst du mir wohl meinen Titel streitig machen. Ja. So. Weg mit der Lava. Geht das Ding händisch. Na egal. Nochmal gucken. Wie funktioniert das. So. Und wenn ich dann gleich hier einen Jungle Tree hinsetze und das Silkwormer reinsetze und die fertig sind, finde ich, das sieht so cool aus, dass ich dir am liebsten stehen lassen würde. Egal. Mache ich danach noch einen. Mhm. Blöd, dass der Harvester wieder den Baum weggenommen hat, ey. Oh, die Hatchet ist größer, besser geworden. Reinforced. Größer. Ja, größer auch, ja. Größer auch. Jetzt habe ich wieder so viel Holz bei mir. Oh je, oh je, oh je, oh je. Jetzt habe ich natürlich das Bohnenbiel weggepackt. Ganz toll. Aber da hinten ist bestimmt was drin. Nein. Da. Nein. Da. Nein. Was sagst du? Auch nicht. Oh, da ist die Watering. Ne, war die Lila. So, 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 so. Nee. Saplank, da. Gut. Und zu der Portillo ist, muss das nach oben. Dann kannst du da die Würmer reinsetzen. Oder besser, eher einen, vier Würmer habe ich sehr gut. Geht ein bisschen schneller. Nein. Falsche Maustaste. Was haben wir denn hier? Aluminium. Ich versuche mal, Aluminium zu schmelzen. Ja, geht. Warum sollte es nicht gehen? Ja, ich habe hier einen Hochofen gebaut und ich weiß noch nicht genau, wie der funktioniert. Was? Ein Hochofen? Einen Hochofen. Das ist mir zu hoch. Ja. Okay. Funktioniert auch irgendwie nicht. Das ist dir anscheinend auch zu hoch. Ja, das habe ich halt noch nie gemacht. Da muss ich mich mal ein bisschen von vorne rein arbeiten. Oh, bevor ich das mache, werde ich erst mal Hayabubu machen. Ja. Hayabubu, ich mache Hayabubu. Die anderen sind auch noch am Server, oder? Nö. Nö, okay. Habe ich wieder was nicht mitgekriegt. Ah, der Baum ist fertig. Schön. Nochmal lesi, lesi machen. Das wird eine Lesestunde für meine Zuschauer. Oh, wie geil. Ich liebe diesen Teleporter. Was der geil. So geil. So, in die Ecke kommt einer. In die Ecke kommt einer. Und da habe ich vergessen, in die Ecke kommt auch ein Würmchen. Und jetzt komme ich nicht mehr runter, oder was? Da muss ich da halt improvisieren. Ah, okay. Oh, es laggt. Es laggt. Ah, da muss man Kohle reinmachen. Das geht gar nicht mit Lava. Wieder was gelernt. Ich mache mir jetzt erst mal ein Bücherregal. Wieso komme ich nicht an die Crafting Station? Füttern, Füttern. Äh. Okay. So, da unten drunter muss ich jetzt einen Tank bauen, oder wie? Oh, wie geht das? Oh, ey. Oh, da brauche ich ja noch mehr davon. Du kannst übrigens eine Quest-Belohnung anholen. Und das wäre super Tutti, wenn du da als Belohnung diese Bricks holen würdest und nicht das Graveyard, dann könntest du mir nämlich die Bricks geben, dann kann ich weiterbauen. Hä? Gibt's nochmal Bricks und Graveyard? Äh, gibt's nochmal Bricks und Graveyard? Äh, nein, es gibt endlich Bricks und Graveyard, das vorher war was anderes. Scorched Bricks, ne? Genau, das vorher war ja Helium-Dust. Ja. Was ist das denn? Okay, dann, äh, ja, der Kinsey muss jetzt natürlich wieder mal labern und labern und labern, weil er nicht rafft, dass die Zeit zu Ende geht. Aber wir müssen jetzt Feierabend machen, also macht's gut, abonnieren, liken nicht vergessen, also bis dann. Tschüss. Tschüss. Schade. Mann, 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 ey. Lava, 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 lava.